Unser nächster Redner, nicht erst seit Corona aktiv und viele von euch kennen vielleicht den Vitalstoff-Blog von Dr. Uwe Altschner. Da ist er schon. Ja, dann verliere ich einfach gar nicht viele Worte. Dann stellt er sich vielleicht am besten selber vor. Er ist schon so dynamisch. Komm gerne rauf, Uwe. Und sag, was du zu sagen hast. Nach Hannover. So, die Vorgaben mussten eingehalten werden. Nicht, dass wegen uns hinterher hier aufgelöst wird. Das wäre ja tatsächlich tragisch. Ja, hallo Hannover. Osnabrück grüßt Hannover. Und Osnabrück grüßt München und Münster und jede andere Stadt und jeden anderen Ort, wo heute Demonstrationen für Liebe, Freiheit und Frieden stattfinden. Mein Name ist Uwe Altschner und ich bin, das wurde eben gerade schon gesagt, Herausgeber des Vitalstoff-Blogs. Ich bin zwar promoviert, aber ich bin kein Mediziner und nichts, was ich hier sage, ist medizinischer Rat. Auch nichts, was ich auf meinem Blog schreibe. Kurz zur Biografie. Ich bin Jahrgang 1965. Ich bin verheiratet, Vater von drei Kindern. Und ich habe mich 1993 als einer von 200 aus 50.000 Bewerbungen bei der Europäischen Kommission qualifiziert. Bin dann aber in der Bundespolitik gelandet und da 1999 ausgestiegen. Ich bin inzwischen tätig als Coach. Werte ist mein Tagesgeschäft, ist das, worauf ich mich beschäftige, wertebasierte Führung. Und das Vitalstoff-Blog habe ich begonnen 2007 nach einer schweren gesundheitlichen Krise, mit der ich, ja, kein Arzt konnte mir wirklich helfen. Alle sagten, ihnen fehlt nichts. Es sind zwar ein paar Dinge nicht normal, aber leben Sie ganz normal weiter. Das war etwas schwierig für mich, vom Kopf her zu verstehen. Ich habe dann begonnen zu recherchieren. Heute darf ich hier sprechen über das Thema, oder soll ich sprechen über das Thema Immunsystem, Immunschwäche. Noch einmal. Ich habe mich begonnen, das selber einzulesen. Und das Thema Eigenverantwortung ist einer der Werte, die ich persönlich lebe, die ich versuche, meine Kinder weiterzugeben und wo ich auch jeden von uns ermuntern möchte, da selber hinzuschauen, was das für uns bedeutet. Gerade in dieser Zeit der Pandemie oder dessen, was Pandemie genannt wird, also ich weiß nicht, wer von den Anwesenen hier weiß, dass die Definition für Pandemie von der WHO ja geändert werden musste, um hier überhaupt eine Pandemie erklären zu können. Das ist auch ein Punkt, wo man ins Nachdenken kommt. Jedenfalls diese Eigenverantwortung. Gerade hier trug ein junges Mädchen ein T-Shirt, Gandhi ist Weg. Auch Gandhi hat uns diese Eigenverantwortung vorgelebt. Das heißt, sei die Veränderung in der Welt, die du sehen willst. Wir sind nicht, oder ich jedenfalls bin nicht gegen irgendetwas. Ich bin für positive Werte. Ich bin für Freiheit. Ich bin für Selbstbestimmung. Und zwar auch im Bereich der Gesundheit. Und als Historiker, der ich von der Ausbildung her bin und als Anglist, als Historiker habe ich gelernt, ad fontes zu gehen, an die Quelle selbst. Das heißt, hinzuschauen, wo der Ursprung einer Information ist und mir dann selbst ein Bild daraus zu machen. Das heißt, nicht darauf zu vertrauen, was mir andere sagen, sondern selber den Dingen auf den Grund zu gehen. Wirklich first-hand Information. Ich weiß, dass Medien in einer demokratischen Gesellschaft wichtig sind, aber auch Medien und erst recht keine Faktenchecker von irgendwelchen Redaktionen können einen Anspruch darauf erheben, die Wahrheit zu verkünden. Auch Wissenschaft kann das nicht. Wissenschaft ist die Suche nach erklärbaren Modellen im Bemühen, einen Konsens darüber herzustellen, damit das Modell so lange funktioniert, bis eine neue Information hinzukommt. Und dann muss dieses Modell revidiert werden. Das heißt, Wissenschaft lebt vom Disput. Die Disputation ist eine der wichtigsten Formen in der Wissenschaft. Und daran mangelt es hier in diesem Verfahren total, weil wir nur eine einzige Richtung vorgesetzt bekommen. Als ich mich begonnen habe, mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, habe ich gelernt, dass unser Körper, der menschliche Körper, die menschliche Natur, die menschliche Gesundheit, ein Wunder ist. Ein evolutionäres Wunder, was über Hunderttausende und letztendlich auch Millionen von Jahren, selbst wenn man den Menschen in dieser modernen Form noch nicht so lange zurückführen kann. Aber das hat sich entwickelt. Das ist eine Evolution gewesen. Und diese Evolution ist auf sehr komplexe Zusammenhänge gegründet. So komplex, dass kein Mensch heute von sich behaupten kann, alles verstanden zu haben. Auch kein Virologe. Aber was wir wissen, ist, dass das Bild von Gesundheit eben nicht etwas ist, was durch die Abwesenheit von pharmazeutischen oder sonstigen Produkten entsteht. Wir werden nicht mit einem Mangel an Aspirin geboren, wenn der Kopfschmerz uns erreicht. Da ist ein Gleichgewicht aus dem Ruder gelaufen und dieses Gleichgewicht liegt unserer Gesundheit zugrunde und das müssen wir wiederherstellen. Für das Immunsystem bedeutet das, dass die Aussage, nur eine Impfung kann uns zur Realität zurückbringen, eine extrem grobe und meiner Meinung nach fahrlässige Verkürzung ist. Wenn ich mir anschaue, und das habe ich getan, wem nutzt denn eine solche Botschaft? Der Chef der WHO, ach nee, er ist gar nicht Chef, er ist nur der größte Geldgeber der WHO, der hat das in zehn Minuten in den Tagesthemen ausbreiten dürfen, wo ich mich auch gefragt habe, wann hat es das jemals gegeben, dass eine andere Persönlichkeit zehn Minuten Interview in den Tagesthemen bekommen hat. Und der hat etwas verkündet, was wissenschaftlich extrem fragwürdig ist und was seit dem Anfang Juli, spätestens seit der Vorlage der Arbeit aus Tübingen von Professor Rommerskirchen auch widerlegt gilt. Es gibt andere Formen der Immunität auch gegen dieses Virus. Das bedeutet, dass all die Maßnahmen, die hier auf uns letztendlich angewendet wurden, denen wir uns unterwerfen müssen, wo wir jetzt hier den Mundschutz tragen müssen, damit wir die Infektionsgefahr mindern. Infektionsgefahr bei was? Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, wir haben insgesamt in Deutschland 9.347 Tote seit Beginn dieser Entwicklung gehabt. Das sind jetzt sechs Monate grob gerechnet. Wir haben jeden Monat in Deutschland 75.000 Tote, normal. Jeden Monat 75.000. Insgesamt haben wir jetzt über 600.000 9.300 Tote. Im März 2020 hatten wir 87.000 Tote. Das heißt, eine Übersterblichkeit davon, Moment, Kopfrechnen, 7.000, 12.000 Toten. Da kann man sagen, okay, das ist wirklich dicke. Und dann haben wir auch damals gesagt, mehr oder weniger alle, selbst Markus Heinz bekundet das ja immer wieder, okay, wir sind damit einverstanden gewesen, dass man damals entschieden hat, das Land zu schützen. Aber sehr schnell wurde deutlich, dass das eine Singularität war, die so nicht stimmt. Denn wir wissen es, im März 2018 hatten wir in Deutschland 107.000 Tote. Das heißt, nochmal 20.000 Tote mehr. Und wo war da der Lockdown? Wo war da die Medienberichterstattung? Die gab es nicht. Auch das muss uns nachdenklich machen. Aktuell haben wir in Niedersachsen 475 Fälle. Auch das Thema Fall. Was ist ein Fall? Normalerweise ist es ein Fall, eine Erkrankung. Wir reden heute aber von Fällen, wenn wir positiv Getestete meinen. Von diesen positiv Getesteten haben wir 15 momentan aktuell im Krankenhaus. und 9 auf Intensivstationen. Das ist bedauerlich und wir wünschen all diesen Menschen das Beste für ihre Genesung. Aber es sind 6 von 1.000 Intensivbetten aktuell belegt. An Tests, also die Grundlage dieser Falldefinition, stützt sich auf in der letzten Woche 1.051.000 Tests. 1.051.000 Tests. Und davon waren nur 0,74% positiv. Da muss man sich fragen, wo bitte ist diese zweite Welle, wenn schon diese Tests, das wurde eben angesprochen von Daniela, die sind nicht repräsentativ, die weisen keine Infektionen nach. Alles das sind Informationen, die sich jeder von uns selbst anlesen kann. Das ist kein Hexenwerk. Und dazu fordere ich uns alle auf und ich fordere auch auf die Politik, die Abgeordneten in den Parlamenten, in Bund und Ländern und auch in den Kommunen, sich dieser Arbeit zuzumuten. Wir haben in Berlin, ich weiß nicht, wer von euch in Berlin war, ich war da, Dankeschön, ganz viele von uns waren da, wir haben David Sieber gehört von den Grünen, der hat sich das zugemutet, der hat es seiner Partei präsentiert und er ist dafür abgefertigt worden. Das geht nicht. Wir leben in einer Demokratie und wir müssen hier den Diskurs führen. Noch einmal, die Frage, wem nutzt es, wie wir jetzt hier gesagt bekommen, nur eine Impfung führt uns wieder hinaus. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr schauen, meine Zeit geht zu Ende. Wem nutzt es? Ja, wir erfahren hier eine Verkürzung auf nur eine Form von Immunität, auf die Antikörperebene, dabei gibt es auf der T-Zell-Ebene eine wesentlich kräftigere, eine wesentlich auch intelligentere Form von Immunität, die uns hilft dabei, Herausforderungen zu überwinden, auch die Herausforderungen des Coronavirus. Wenn wir uns aber fragen, wem nutzt es, dann ist es eine Frage der Industrie, dann sind es Dinge, die dann in den Bereich auch von struktureller Korruption führen. Ich sage das ganz besonders, auch ausdrücklich so, strukturelle Korruption, wo Industrieinteressen inzwischen einen Einfluss auf unsere Politik erlangen, der fragwürdig ist. Darüber spricht Robert F. Kennedy Jr. und ich kann auch hier jeden und auch die Medien und die Öffentlichkeitsanlagen sich mit den Argumenten von Robert F. Kennedy Jr. vertraut zu machen, denn er spricht es an, dass hier Interessen geleitete Entscheidungen vorliegen könnten und die bedürfen einer sorgfältigen Untersuchung. Alles das könnt ihr auf meinem Blog vitalstoff.blog www.vitalstoff.blog nachlesen. Ich habe Interviews geführt mit Nobelpreisträgern, weil ich wissen wollte, was geht hier eigentlich vor, auch weil ich selber Risikopatient bin seit dieser Geschichte damals und ich bin sicher, dass wir hier eine Sache haben, die ist ernst zu nehmen, aber die ist letztendlich nur ernst zu nehmen für einen Kreis der Betroffenen, für einen Kreis der Geschwächten, die müssen wir schützen und der Rest von uns sollte sein Leben normal weiterführen dürfen. Ich danke euch. Okay, ja, vielen Dank, Uwe.